Heute will ich euch zeigen, wie man einen festsitzenden Ring am Finger mit einem einfachen Trick ganz leicht wieder abziehen kann. Wer einen Ring sehr lange trägt, bemerkt auf gar nicht, wie der Finger sich verändert. Wird der Finger dicker, sitzt der Ring fest. Um die Schwellung zu verkleinern, kann man die Hand kurze Zeit in Eiswasser legen. Um den Ring unbeschädigt vom Finger zu ziehen, kann man den Ring nicht mehr verkleinern. Um den Faden zu ziehen, wenden wir den Fadentrick an. Ihr braucht dazu eine Stopfnadel und ca. 1-1,5 Meter Wolle oder Garn. Zieht den Faden als erstes unter dem Ring Richtung Handgelenk durch. Dann wird der Faden spiralförmig um den Finger gewickelt. Er sollte etwas fester gewickelt werden, um die Schwellung leicht zusammenzudrücken. Wickelt möglichst ohne große Lücken, damit der Ring später leichter über den Faden gleiten kann. Es reicht den Faden bis zum kleinen Fingerglied zu wickeln, denn dort sitzt der Ring meist schon lose am Finger. Damit der Faden auch am Finger hält, macht man ihn dann mit ein oder zwei Knoten fest. Den Rest des Fadens kann man abschneiden. Nun können wir den Ring vom Finger abziehen. Greift hierzu das lose Fadenende, das wir am Handgelenk übrig gelassen haben. Liegt die Hand locker auf den Tisch und zieht den Faden langsam in Richtung Fingerspitze. Er rollt sich dadurch ab und bewegt den Ring mit jeder Wicklung ein Stück nach vorne. Am besten funktioniert die Technik bei gleichmäßig runden Ringen. Hat der Ring Ecken oder Kanten, muss man den Faden etwas vorsichtig ziehen. Aber letztendlich funktioniert es genauso. Wenn man nicht so geschickt ist, kann man sich auch von einem Freund oder einer Freundin helfen lassen. Zu zweit geht es etwas einfacher. Ich hoffe, dass euch dieser Trick gefallen hat. Gebt einen Daumen hoch oder empfehlt ihn weiter. Tschüss! 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 Untertitelung des ZDF, 2020